Beim Programmieren verwenden wir regelmäßig Funktionen. Im letzten Video haben wir zum Beispiel die Summe und die Restfunktionen von Excel verwendet. Aus der Schulmathematik kennen Sie wahrscheinlich auch Funktionen wie f von x und g von y. Wir fragen uns, ob die Funktionen, die uns beim Programmieren begegnen, etwas mit den Funktionen zu tun haben, die wir aus dem Mathematikunterricht kennen. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir besser verstehen, was Funktionen sind. Dazu beschreiben wir ganz allgemein, was eine Funktion macht. Eine Funktion erzeugt aus Eingaben Ergebnisse. Dabei bezeichnen wir die Eingaben als Parameter und die Ergebnisse als Effekte. Wir können eine Funktion ganz allgemein, also wie folgt, beschreiben. Eine Funktion ist definiert als eine Projektion von p hoch n in e hoch m. p hoch n steht dabei für die möglichen Parameter der Funktion. e hoch m steht für die Effekte, die eine Funktion verursacht. Bei dieser Definition legen wir uns noch nicht fest, was für Parameter oder Effekte wir von einer Funktion erwarten. p beschreibt hier also die Menge aller möglichen Parameter, die wir uns vorstellen können. Analog dazu beschreibt e die Menge aller möglichen Effekte. n und m sind dabei Platzhalter für die Anzahl der Parameter und Effekte der jeweiligen Funktionen. Dabei gilt grundsätzlich, dass n und m unterschiedlich groß sein dürfen. Allgemeine Funktionen können also beliebig viele Parameter haben, die zu beliebig vielen Effekten führen können. Wir können diese Funktionsdefinition also so lesen. Eine Funktion projiziert n Parameter auf m Effekte. Diese Bezeichnung ist treffend, wenn die Parameter und Effekte von der gleichen oder ähnlichen Art sind. Das muss aber nicht der Fall sein, wie wir gleich sehen werden. Weil die Parameter und Effekte unterschiedliche Ausprägungen haben können, finde ich die Lesart des Pfeils als Überführen in besser. Die Funktionsdefinition liest sich dann wie folgt. Eine Funktion akzeptiert n Parameter und überführt diese in m Effekte. In der Schulmathematik haben Sie wahrscheinlich viele Funktionen mit einem Parameter und einem Effekt kennengelernt. In diesen Funktionen ist n und m jeweils 1, wobei die Werte für die Parameter und die Effekte in aller Regel rationale Zahlen waren. Eine allgemeine Funktionsdefinition für diese Funktion sieht dann wie folgt aus. Eine Funktion überführt eine reelle Zahl in eine reelle Zahl. Solche Funktionen sind Spezialfälle unserer allgemeinen Funktionsdefinition, weil wir die möglichen Parameter und Effekte einschränken. So können wir aber Funktionen noch nicht vollständig beschreiben. Zusätzlich benötigen wir noch das Verhältnis zwischen den Parametern und Effekten, denn die Effekte sind für spezielle Funktionen nicht unabhängig von den Parametern. Betrachten wir dazu die Funktionsdefinition von Excels Summe-Funktion. Die Summe ist definiert als eine Funktion, die eine Anzahl von i-reellen Zahlen in eine reelle Zahl überführt. Der Effekt der Summe ist genau das Ergebnis, wenn wir alle i-Parameter addieren. Unsere Funktionsdefinition beschreibt eine Funktion ausschließlich über ihre Parameter und Effekte, wobei wir allerdings keine Aussagen über die genaue Arbeitsweise der Funktion machen. Mit anderen Worten, wir müssen gar nicht genau wissen, wie eine Funktion arbeitet, solange wir wissen, was sie macht. Wir können uns also jede Funktion als eine Kiste vorstellen, in die wir vorne Parameter hineingeben und hinten Effekte herausbekommen. Genau genommen trifft diese Beschreibung auf fast alle Excel-Funktionen zu. Wir merken es immer dann, wenn eine Funktion andere Ergebnisse liefert, als wir erwarten würden. Die Logik unserer Funktionsdefinition wird noch deutlicher, wenn wir sie mit Hilfe eines ganz anderen Beispiels untersuchen. Nehmen wir einen Elektromotor. Wir können uns einen Elektromotor als eine Funktion mit zwei Parametern vorstellen. Erstens die Elektrizität als Treibstoff und zweitens eine Steuerung für die Bewegungsgeschwindigkeit. Der Effekt des Motors ist die Bewegung der Antriebsachse. Ein Elektromotor ist also nichts anderes als eine Funktion, die Treibstoff geregelt in Bewegung überführt. Wir können einen solchen E-Motor, ME, wie folgt als Funktion beschreiben. ME akzeptiert die Parameter E und S und überführt diese in B. Die geschweiften Klammern beschreiben die Menge der möglichen Parameter, was in unserem Fall p hoch 2 entspricht. Für konkrete Funktionen werden wir die Parameter und ihre Art nicht allgemein, sondern immer möglichst genau definieren. Deshalb schreiben wir die Menge der Parameter in geschweiften Klammern. Unser E-Motor hat die beiden Parameter E für Elektrizität und S für die Steuerung. Unser gedachter E-Motor hat nur einen einzigen Effekt, also gilt E hoch 1, was in unserem Fall die Bewegung ist, die wir als B gekennzeichnet haben. Die vollständige Funktionsdefinition beinhaltet zusätzlich die Beziehung zwischen den Parametern und Effekten. Eine solche Beziehung sieht in diesem Beispiel so aus. Der Strom ist konstant und wenn wir die Steuerung hochregeln, dann wird die Bewegung schneller. Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Motoren, die unterschiedliche Treibstoffe verwenden. Es gibt also Motorenfunktionen, die andere Parameter akzeptieren, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Nehmen wir zum Beispiel einen Benzinmotor. Der nimmt Benzin als Treibstoff, hat ebenfalls eine Steuerung und erzeugt ebenfalls Bewegung. Weil aber der Treibstoffparameter anders ist, handelt es sich auch um eine andere Funktion. Das merken wir in Autos mit Verbrennungsmotoren, wenn der Tank leer und die Batterie voll ist. Dann geht trotzdem nichts mehr. Unterschiedliche Parameter zeigen also unterschiedliche Funktionen an, auch wenn die Effekte gleich sind. Drehen wir die Perspektive einmal um. Wir kennen viele Lösungen, die elektrischen Strom benötigen und eine Steuerung haben, die aber ganz andere Effekte erzeugen. Das kann zum Beispiel eine dimmbare Lampe sein. Die nimmt elektrischen Strom und hat eine Steuerung. Sie erzeugt aber Licht und keine Bewegung. Es reicht also nicht, eine Funktion nur über ihre Parameter oder nur über ihre Effekte zu beschreiben. Eine vollständige Funktionsbeschreibung umfasst immer die Kombination von Parametern und Effekten. Wenn wir nun zwei Funktionen haben, die die gleichen Parameter in die gleichen Effekte überführen, dann sprechen wir von funktionaler Gleichheit. Die funktionale Gleichheit hat ihren Ursprung in der Funktionsdefinition, die ja nichts über die genaue Arbeitsweise einer Funktion aussagt. Uns stehen beispielsweise verschiedene Elektromotoren zur Verfügung, die mit den gleichen Parametern die gleichen Ergebnisse erzeugen, aber auf ganz unterschiedlichen Funktionsprinzipien basieren. Wir können nun anfangen, Funktionen auch über ihre Funktionsweise zu unterscheiden. Als Außenstehende können wir diese Unterschiede oft nicht erkennen und in vielen Fällen interessieren wir uns auch gar nicht dafür. Deshalb ist die funktionale Gleichheit wichtig. Das gilt insbesondere für die Programmierung. In der Praxis kann es also mehrere Vorgehensweisen geben, um gleiche Funktionen zu implementieren. Funktional gleiche Funktionen sind wegen ihrer unterschiedlichen Arbeitsweisen trotzdem nicht äquivalent. Solche Unterschiede fallen uns besonders dort auf, wo wir einfache Funktionen zu komplexen Lösungen kombinieren. Aber das bespreche ich in einem kommenden Video. Manche Funktionen arbeiten in vielen Situationen gleich und nur in besonderen Fällen weichen die Parameter oder die Effekte voneinander ab. In solchen Fällen liegt eine partielle, funktionale Gleichheit vor. Das bringt mich zum letzten Konzept. Nehmen wir an, wir hätten zwei beliebige Funktionen F und G. Wobei F P hoch N Parameter in E hoch M Effekte und G P hoch I Parameter in E hoch K Effekte überführt. Wobei gilt, dass P hoch N eine Teilmenge von P hoch I und E hoch M eine Teilmenge von E hoch K ist. Deshalb haben wir eine partielle, funktionale Gleichheit zwischen den Funktionen F und G. Unter solchen Bedingungen bezeichnen wir F als ein Modell von G. Mit anderen Worten, die Funktion F ist weniger komplex als die Funktion G, wobei die Parameter und die Effekte von F auch Teil der Parameter und Effekte der Funktion G sind. Wir verwenden dieses Konzept, um komplexe Funktionen zu vereinfachen und um beobachtete Phänomene funktional zu erklären. Fassen wir zusammen. Funktionen überführen Parameter in Effekte. Als Parameter bezeichnen wir die Eingabe in die Funktion. Als Effekte bezeichnen wir die Ausgabe. Dabei können Funktionen beliebig viele Parameter und Effekte haben. Wenn zwei Funktionen die gleichen Parameter in die gleichen Ergebnisse überführen, dann sind sie funktional gleich und zwar völlig unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Wir bezeichnen eine einfachere Funktion als ein Modell einer komplexeren Funktion, wenn beide Funktionen für die Parameter und Effekte funktional gleich sind. Kommen wir zurück zu unserer Einstiegsfrage. Haben mathematische Funktionen etwas mit den Funktionen zu tun, die uns beim Programmieren begegnen? Wir haben am Beispiel des Elektromotors gesehen, dass die mathematischen Funktionen nur ein Spezialfall ganz allgemeiner Funktionen sind. Das gleiche gilt auch für die Funktionen, die wir beim Programmieren verwenden. Das gleiche gilt auch für die Funktionen. Das gleiche gilt auch für die Funktionen, 하지 los den den